Lopheiner See, Österreich-Kenton. Jetzt können wir Nacht essen. Vielleicht nur Klasse. Österreich ist die beste Klasse. Da wird man nicht dick und nicht zack von einer Kugel. Zwei Kugeln lassen. Ich habe jetzt schon heute sechs gehabt oder acht. Jetzt nehmen wir noch zwei. Tschüss. Jetzt kommt es an der Kussi in der Nähellen. Jetzt kommen wir noch zwei, die Kussi in der Brüche sind. Die Sonne ist so schnell ablässbar und sicherlich verbunden. Oh my god, go. Fischigseben, Kaffee in China. Ah, schön. Das ist ein echter Fischer. Ich habe jetzt nach dem Frühstück gedacht. Ich bin jetzt rumgelaufen. Ich habe das Frühstück gegessen und komme vom Fischen. Das ist ein riesiger Fisch. Tau. Ihr habt ab Kürz und Exposat. Ich habe es mir an, ich habe es mir an. Ich habe es mir an, ich habe es mir an. Ich hab mir etwas getötet. Jürgen, ich habe es mir an, ich habe es mir an. Vielen Dank. 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 Ja, du gehst ja. Ja, komm. Wacht, sehr gut ist ja. Wir sind jetzt am Fischern, ungewöhnlich, so schön da, in Österreich, im Canton, um sechs Stunden von uns gehabt, sind um vier Uhr abgefahren in der Nacht, sind wir ankommen, sind wir direkt auf dem Boot, ein Trampelboot. Und ich sehe Räkne. Auf Wiedersehen.